Ja, und auch wir beschäftigen uns mit der Festnahme von Daniela Klette. Und damit herzlich willkommen zu Brisant an diesem Dienstag. Schön, dass Sie mit uns sind. Es ist die Nachricht des Tages und ein spektakulärer Fahndungserfolg für deutsche Sicherheitsbehörden. Durchaus. Die frühere RAF-Terroristin Daniela Klette ist in Berlin festgenommen worden, nach mehr als 30 Jahren Flucht. Sie gehört zu einem Trio der sog. dritten Generation der RAF, das sich im Untergrund mit schweren Raubüberfällen über Wasser gehalten haben soll. Und jetzt diese überraschende Festnahme mitten im Wohngebiet von Berlin. Es ist eine Aussage, die für sehr viel Aufsehen und auch Diskussionen sorgt, durchaus und nicht wenigen auch Angst macht. Der französische Präsident Emmanuel Macron hat laut darüber nachgedacht, Bodentruppen in die Ukraine zu schicken, damit Russland diesen Krieg nicht gewinnt. Das wäre eine neue Stufe der Eskalation, wenn Europa aktiv eingreifen würde. Aber was sagt denn diese Überlegung über den Zustand der ukrainischen Armee eigentlich aus, die Tag für Tag aufs Neue ihr Land verteidigt und offenbar geschwächt ins dritte Kriegsjahr geht? Nach Deutschland zurück. Luftlinie 70 km nordwestlich von Frankfurt am Main im hessischen Hadamar können hunderte Menschen nicht zurück in ihre Wohnungen und Häuser, weil hochentzündliches Gas aus dem Tank einer Chemiefirma austritt. Ja, und das könnte noch mehrere Tage so weitergehen. Wie gefährlich die Situation tatsächlich ist, hat sich vergangene Nacht gezeigt, als ein Anwohner durch eine Explosion auch verletzt wurde. Wir schauen in die Niederlande jetzt. Da ist heute ein Mammutprozess zu Ende gegangen. Sechs Jahre, mehr als 140 Verhandlungstage, Zehntausende Akten gefüllt mit Auftragsmorden im Drogenmilieu, mutmaßlich verübt von einer mafiösen Vereinigung der Mokro-Mafia. Selbst als der Prozess schon lief und der Drogenboss in U-Haft saß, wurden weitere Personen getötet, darunter auch der Kriminalreporter Peter de Vries. Heute fehlen die Urteile unter schärfsten Sicherheitsvorkehrungen. So, bei uns geht es jetzt um diese Haltung hier etwa, kennen Sie garantiert genau so. Manchmal fragt man sich durchaus, wohin will das Handy dann mit der Person? Nicht umgekehrt. Es sind alarmierende Zahlen gerade. Laut einer aktuellen Studie sind nämlich immer mehr Jugendliche süchtig nach sozialen Medien. Mehrere Stunden verbringen sie pro Tag dort und die Zeit vergeht wie im Fluge. Vor allem bei TikTok kommt man ja von einem Thema zum anderen ganz, ganz schnell. Und das kann am Ende wirklich sehr unangenehme Folgen für das echte Leben haben, sozusagen. Leiden Sie oder Ihre Kinder bereits vielleicht sogar an Handysucht? Es gibt ganz bestimmte Merkmale, an denen man das erkennen kann. Machen Sie gerne den Test bei uns auf brisant.de im Netz. Schönheit, darum geht es genau jetzt. Für die einen absolut banal und unwichtig, für die anderen ein Riesenthema. Und immer ist sie im Wandel, seit Menschengedenken. Was vor Jahrhunderten in Kunst und Kultur schön war, betrachtet man heute so ein bisschen anders. Thema Social Media hatten wir ja eben. Da herrscht der Zeitgeist der Optimierung. Der Schönheitsindustrie sei Dank. Eine Doku in der ARD-Mediathek begleitet Menschen, die sich mit Expertinnen und Experten eben verändern wollen. Und sie ist eine davon. Ja, und mehr von Miriam unter anderem, die nach Selbstoptimierung streben, sehen Sie in der ARD-Mediathek-Serie. Und welche Möglichkeiten der Bauchdeckenstraffung es zum Beispiel gibt, wann die Krankenkassen dann die Kosten übernehmen, erfahren Sie bei uns im Netz. Auf brisant.de natürlich. Und jetzt wird es prominent bei uns und den Anfang macht Kate Winslet. Sie ist zweifellos eine ausgezeichnete Schauspielerin im Wortsinn, einen Oscar, fünf Golden Globes und noch viele Preise mehr, hat Kate Winslet im Regal. Sie hat sich also schon längst behauptet in Hollywood Business, als das schwierig gilt, gerade für Frauen übrigens. Und obwohl sie nach wie vor Erfolge feiert, hat sie bei der Premiere ihres aktuellen Projekts daran erinnert, dass das eben nicht selbstverständlich ist. Der große Schlafsack und die kleine Jennifer Garner. Wer gewinnt da gegen wen, verraten wir jetzt in unserem Prominez-Report. Und leichter zu handeln. So, man macht gewöhnlich viele Worte, wenn man nichts zu sagen hat. Oder paradox ist, wenn einer sich im Handumdrehen den Fuß bricht. Diese Zitate und die Fans, sie ahnen es schon und sehen, es sind von einem Mann, der zu Deutschlands bekanntesten Komikern gehörte. Heinz Erhardt, sein zuweilen grotesker Humor mit bissigen Nuancen, begeistert bis heute, jung und alt. Seine Enkelin hat in seinem Nachlass ein bisschen gestöbert und viele unbekannte Musikstücke gefunden. Und Stars wie ihn, wie Dietmar Bär und Annette Frier waren so begeistert davon, dass sie dabei sein wollen. Um Heinz Erhardt ein musikalisches Denkmal zu setzen. Auch solche Besucher gehören zum Protokoll der spanischen Royals. Ein mitfühlendes Königspaar, jetzt in unseren Prominez. Und jetzt kommt eine Frau, die auf optische Selbstoptimierung pfeift, um das Thema von vorhin nochmal aufzugreifen. Alina, die gerade von der Musikindustrie gefeiert wird, liebt ihren Körper und singt jetzt auch darüber. Ja, auch wenn das nicht immer leicht war, sie lange auch mit ihrem Aussehen gehadert hat und Ablehnung erfahren musste. Jetzt sagt sie, es reicht absolut. Was ist denn bitte falsch daran, sich so zu nehmen, wie man ist. Und vielleicht macht ihr Song ja auch anderen Mut, wer weiß. Und gerade hat uns noch die Meldung erreicht, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dass sich der norwegische König Harald während einer Urlaubsreise in Malaysia eine Infektion zugezogen hat und im Krankenhaus behandelt werden muss. Laut norwegischem Palast ist der 87-Jährige dort aber in guten Händen. Sobald es da Neuigkeiten gibt, erfahren Sie es bei uns natürlich morgen. Punkt 17.15 Uhr. Also ich würde mich sehr freuen, wenn Sie wieder dabei sind. Und einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Tschau.